Nur ein paar hundert Meter vom Marktplatz entfernt liegt das Bremer Schnorrviertel in der Innenstadt. Der Name Schnorr stammt vom plattdeutschen Wort Snorr und bedeutet Schnur, denn die kleinen Häuser stehen so eng aneinandergereiht wie Perlen auf einer Schnur. Und der Name passt deshalb so gut, weil auch die Handwerker, die Schiffer und die Fischer hier wohnten, die die Taue und die Seile fürs Schiffshandwerk fabriziert haben. Und deshalb passt der Schnorr ins feierliche Hinsicht. Schriftlich wurde der Schnorr zum ersten Mal im 13. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Franziskanerkloster erwähnt. Im 14. Jahrhundert kam die dazugehörige Probsteikirche St. Johann hinzu. Diese zählt noch heute zu den wichtigsten Bauwerken des Schnorrs und wird liebevoll der kleine Vatikan im Schnorr genannt. Sie ist die einzige katholische Innenstadtkirche Bremens. Und ja, nach der Reformation hat es ganz lange gedauert, bis diese Kirche der katholischen Gemeinde wieder zugesprochen wurde. Es war zeitweise ein Irrenhaus, eine Lagerstätte und erst später wieder wurde es eine katholische Kirche. Das älteste Haus des Schnorrs ist dieses Gebäude von 1402. Und damit ungefähr so alt wie das Bremer Rathaus. Es ist noch sehr gut erhalten wie viele Gebäude hier. Bremen an sich gehört zu den am stärksten zerstörten Städten des Zweiten Weltkriegs. Hier im Schnorr ist fast nichts passiert. Es ist gut erhalten geblieben. Hier wohnten eher die ärmeren Leute. Und die strategische Bedeutung der Häfen, unserer Häfen in Bremen, hat dazu geführt, dass diese zerstört wurden, auch die Innenstadt. Aber der Schnurrteil ist weitestgehend erhalten geblieben. Deshalb gibt es im Schnorr auch noch viele Details zu entdecken. Und manche versprühen sogar einen Hauch von Harry Potter. Harry hatte ja eine Eule, die Hedwig heißt. Die Bewohner des Schnurrs hatten auch Eulen. Die flogen durch diese Löcher, die wir hier oben in dem Haus sehen, rein und raus. Und die haben dafür gesorgt, dass Ratten und Mäuse gefangen werden, die hier sich im Schnorr zahlreich aufgehalten haben. Ganz oben in den Stockwerken haben die Leute hier Getreide gelagert, um es vor Hochwasser und Feuchtigkeit zu schützen. Ja, und da haben auch die Eulen gewohnt. Diese Hausvorsprünge sind typisch im Schnorr und heißen Utluchten. Sie sind früher aus einem bestimmten Grund gebaut worden. Das war so, dass die Bewohner des Schnurrs Grundsteuer zahlen mussten nach der Größe des Hauses. Und sie haben versucht, mit diesen Ausbuchtungen ihr Haus zu vergrößern. Früher hingen diese Utluchten in der Luft und zählten nicht zur Grundfläche. Und da hat man gerne die älteren Leute reingesetzt, damit sie einen schönen Blick haben und was zu tun haben. Und wenn jemand verstorben war, dann war er weg vom Fenster. Daher kommt auch dieser Spruch. Erker hatten hier im Schnorr aber auch noch eine andere Funktion. Denn bis 1838 floss die Balge, ein Nebenarm der Weser, mitten durch den Schnorr. Dann wurde der Fluss zugeschüttet. Die Balge floss genau hinter uns lang und war zur Gründung von Brems noch ein breiter Fluss. Aber man baute immer weiter an die Ufer heran, die Balge versandete, man schmiss seinen Unrat hinein. Und hier sieht man auch, es gab Abtrittserker, in die man sich hineinsetzte und seine Notdurft direkt in den Fluss verrichtete. Also es war damals kein Privileg, am Wasser zu wohnen, so wie heute, sondern es muss unfassbar gestunken haben. Und dann hatte man Mitleid im 19. Jahrhundert, dann hat die Balge zugeschüttet. Nur wenige Meter entfernt steht das Birgittenkloster. Hier lebt Schwester Olga Maria mit sechs weiteren Schwestern. Olga Maria ist die Oberin des internationalen Birgittenorden. Die gebürtige Polin zeigt uns die Kathedrale. Hier beten sie und die anderen Schwestern fünfmal am Tag. Vor 19 Jahren wurde das katholische Kloster im Schnorr vom Bistum Osnabrück errichtet. Der Birgittenorden widmet sich der Gastfreundschaft. Zwölf Gästezimmer für maximal 18 Personen können hier im katholischen Kloster gemietet werden, erklärt Klosterführer Wilhelm Tacke. Hier wird aber keiner gefragt, ob er katholisch ist, sondern hier kann jeder kommen. Hier wird auch keiner gezwungen, am Gottesdienst teilzunehmen oder an den Gebeten fünfmal am Tag teilzunehmen. Sie können teilnehmen, ist ein Angebot, aber sie müssen nicht. Weiter geht es zum Stavendamm. Und Stave, das kommt von Stube. Hier waren die Badestuben des Schnurrs. Und hier konnte man einen Raum mieten mit einer Badewanne drin, das war beheizt. Und man konnte sich allerlei andere Dinge noch bestellen, etwas zu essen oder auch andere Gesellschaft. Und diesen Badestuben hier hat man diesem Brunnen gewidmet. Der Brunnen soll an die Badestuben erinnern. Und er zeigt zwei fröhliche Badende. Und wenn man genau an den Brunnen guckt, dann sieht man von unten noch eine dritte Person den Brunnen hinaufgucken. Was die bedeutet, das überlasse ich immer meinen Gästen und ihrer Fantasie. Und man sagt sogar, dass hier in dem Gebäude hinter uns der Bischof einen direkten unterirdischen Gang hier zu den Badestuben hat. Das ist allerdings nicht bewiesen, aber das erzählt man sich hier so in Bremen. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Schnur aufgrund seines Platzmangels zum Armenviertel, da beispielsweise Automobile seine Gassen nicht passieren konnten. Was damals als Nachteil empfunden wurde, macht heute das besondere Ambiente des Quartiers aus. Das hier ist die engste Gasse des Schnurls, 55 Zentimeter breit. Und da sollte man vor dem Essen durchgehen und nicht nach dem Essen. Der eine oder andere soll hier schon stecken geblieben sein. Und was früher ein arme Leuteviertel war, hat jetzt teilweise New Yorker Preise. Dieses Haus mit sieben Quadratmetern Wohnfläche wurde kürzlich für 77.777 Euro verkauft. Zwischen den einzelnen Wohnhäusern, Souvenirshops und Restaurants betreibt Konditor Risa Tosun mittlerweile seit 14 Jahren diese Konditorei mit vielen Bremer Spezialitäten. Für ihn ist der Schnurr der schönste Arbeitsplatz. Das ist ja so eine historische Stadtteil. Alle wollen, dass wir Urlaub machen, dass wir Sehenswürdigkeiten und natürlich die netten Kunden, die hier arbeiten und teilweise auch hier wohnen. Und das ist wirklich, das ist eine ganz andere Atmosphäre, muss ich sagen. Das ist ein historisch und so ganz klein, mit den kleinen Gassen, kleinen Geschäften. Es ist kein Massentourismus und gleichzeitig auch kein Massengeschäft. Und das gefällt mir sehr. Im Schnurr ist auch das Bremer Geschichtenhaus. Hier wird die Historie der Hansestadt anhand von Geschichten und Gestalten zum Leben erweckt. Zum Beispiel mit dem bekanntesten Bewohner des Schnurs, Heini Holtenbehn, 1835 mit dem bürgerlichen Namen Jürgen Heinrich Keberle geboren. Er hat heute in jungen Jahren diesen furchtbaren Arbeitsunfall gehabt, danach das versteifte Bein, hat keine Arbeit mehr bekommen, hatte angeblich danach auch einen leichten Dachschaden, hat sich mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen und dadurch kannte ihn auch jeder hier in Bremen irgendwie. Jeder Bremer kannte diese Figur, diesen Menschen und viele haben ihm wohl auch was Gutes gewollt, zwischendurch ihm mal was zugesteckt, weil er war wirklich ein armer Teufel, der hat wirklich auch nur auf so einem Hängeboten gehaust und hat sich letzten Endes damit durchgeschlagen, dass er wirklich Zigarrenstumpen aufgesammelt, zerbröselt und als Pfeifentabak verkauft hat. Es geht sogar die Mär, er hätte die Pfeifentabak gestreckt. Mit Pferdekacke. Aber das ist nun Gerücht. Heute erinnert eine Bronze-Skulptur an das Bremer Original. Und so lebt Heini Holtenbehn weiter, umgeben vom mittelalterlichen Fachwerk, der mehr als 100 denkmalgeschützten Wohn- und Handwerkshäuser und der einzigartigen Atmosphäre des Schnurs. Noch mehr Videos aus unserer Reihe Wissen Exakt findet ihr auf unserem Kanal. Und natürlich freuen wir uns außerordentlich, wenn ihr mal eben schnell auf Abonnieren klickt und uns ein Like gebt.